KHM 22, der Urfassung Als die Kinder einmal miteinander Schlachtens gespielt haben, keine Sorge, das ist nur ein Märchen, es war einmal ein Hausvater, der hat geschlachtet. Die Kinder haben dabei zugesehen und am Nachmittag sagt das große Brüderchen zum Kleinen, wir spielen einmal, du bist das Schweinchen und ich bin der Metzger. Die Mutter nimmt ein Messer und stößt den kleinen Bruder in den Hals. Die Mutter, die oben in der Stube das Jüngste badet, hört das Schreien, läuft hinunter, sieht, was geschehen, kommt in Zorn, zieht das Messer aus dem Hals des Kleinen und stößt dem Größeren ins Herz. Dann läuft sie schnell zurück ins Haus, um nach dem Kind im Bade zu sehen, das war aber in der Zwischenzeit ertrunken. So hat nun die Mutter sich aufgeregt und wollte sich auch vom Gesinde nicht trösten lassen und hat sich aufgehängt. Als der Vater vom Feld nach Hause kommt und all das sieht, grämt er sich so und stirbt bald danach.